Musik Okay, Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schläfer. Aber wir müssen, glaube ich, uns vorher noch um Korkalom kümmern. Oh. Huh. 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 Oh, ich bin. Okay Ob jetzt wieder neue Gegner da sind Oder ob es Das Ein paar habe ich ja gerade auf dem Rückweg ausgelassen Aber die meisten Müsste ich eigentlich schon erledigt haben Das ist einfach Udi Okay Oh, wow. Du hast ja die Waffe mal wechselt, ne? Hey, du hast ein voll heftiges Schwert. Kannst du mal... Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, ja, von diesem Schwert. Obwohl ich maximale Stärke und so habe. Machst du die falsche Rote? Das stimmt gar nicht. Das kann ja gar nicht sein. Kann auch Skelette beschwören. Wo muss ich denn jetzt lang? Okay. 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 Hey, warte mal. Jetzt bin ich wieder zurückgerannt. Oh, lull. Okay, es war offensichtlich der falsche Weg, ja. Hier musste ich nicht lang. Ich hätte nach links gemusst, also jetzt rechts. Äh... Äh... Ja, aber hier war es auch falsch. Hä? Hä? Hier musste ich auch nicht lang. Ey, 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 ey. Na, wir, wir finden... Wir werden es schon finden. Sagst du zurecht? Ja. Okay. 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 Sie haben jetzt mal. Okay. In der anderen Seite. Das ist gut. Ich bin etwas da. Wir gehen nach. In der anderen Seite. In der anderen Seite. Du bist ein ganzes Schräger. Und unserer Seite. Ja, also der Respawn vorhin war irgendwie... Wir haben es ein bisschen vorweggenommen, die Kämpfe. Aber habt ihr mal gesehen, ja? Ging auch ohne. So den einen Schamanen, den krieg ich halt nur mit dem Schwert kaputt. Was spielst du eigentlich für Games? Wollen wir mal eins und weiter auch? Nee. Also den Variety Sonntag, den gibt es noch nicht so lange. Vielleicht jetzt vier Monate oder so. Was haben wir bisher gespielt? Tomb Raider. Sieben bis neun. Dann haben wir gespielt Life is Strange. Episode 1 bis 5. Und Gothic habe ich halt erst angefangen, als ich einen neuen PC hatte. Weil ich ja wusste, dass da einige Grafikpatches drauf müssen und dass die ein bisschen Leistung ziehen. Ich seh' nix. Da ist er. Das ist, der hat... Das ist überhaupt nicht gewehrt. Der hat schon... Nee, es macht keinen Sinn, sich zu wehren, dachte der sich so. Der war auf, K. Ey, ich würd so gern was sehen, ne? Na komm, komm hier. Keine Angst zu dir. Boah, vielleicht ein bisschen. Boah, ey. Also die... Die Templer, ne? Achso, ich muss den noch töten. Oder ist der tot? Nee, der ist tot. Aber ich glaube, ich befürchte, da kommt schon der Nächste. Okay. Gut. Ich darf schnell mich heilen, ja? Okay. Oder ein Lurker in einem Kostüm. Äh, fass mir vor, wir spielen wir bestimmt noch mal, ja. Das war echt krass. Hat Spaß gemacht. Da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Ah, die... Wisst ihr, was die nicht haben? Die haben doch keine Fernkampfwaffen, ne? Den könnte ich ja eigentlich auch ein bisschen... Guck mal, für die Dinger da brauche ich nämlich die Schwerter. Ja, wieso... Wieso macht ihm das nichts? Das ist doch scheiße. Wozu lernt man hier mühevoll die Armbrust, ja? Gibt hier Erz und alles aus. Boah, das ging jetzt aber... Wieso ging das jetzt so schnell? Ist er gestolpert? Ich glaube, der ist gestolpert. Das tut mir ja fast ein bisschen leid. Der arme Kerl. Der arme Bub. Zum Templer, nachdem man sie lootet, Templer. Ja, genau. Ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, ha. Achso, warte mal, ich muss bestimmt nur irgendwas anderes machen. Steckt das jetzt da drin? Hä? Okay, warum bleibt denn das nicht da stecken? Aber die Frage, wenn ich dafür die sonderbaren Schwerter brauche, ja? Wie ist denn der Chorkalum da reingekommen, hör mal? Oh, zum Glück sieht man ja nix! Meine Fresse! Ah, okay. Darfst du was stellen, Chorkalum? Ah, ne, Xadas! Oh! Ich habe mich schon gewundert, dass das so komisch aussieht. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den fünf Herzen auf sich hat. Die fünf Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in fünf Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den fünf Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Chorkalum und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht... Was ist los mit dir? Ich muss... Gute Nacht. Gute Nacht. Lauf gut. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Töte ihn! Wow! Töte ihn! 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 Oh, ich würde gerne was sehen. Kommen wir hier weiter? Okay. Bin ich hier richtig? Ich nehme schon in die Lava-Fallen... Ich nehme schon in die Lava-Fallen, sagte sie. Äh... Mann, handhart, ey. Ja, ich mache das doch nur für euch, das wisst ihr doch. Boah, die sind alle hier unten. Wie soll ich denn die alle... Guckt euch an, da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Hä, aber oben waren doch auch noch welche. Also oben waren doch noch andere Türen. Jetzt bin ich ja gleich in die richtige gerannt, oder was? Oh, da kommt schon wieder einer. Hä, manchmal geht das so schnell. Verstehe ich nicht. Oben waren doch noch mehr Wege als der eine. Da muss sie in den Wittler mal, du isst. Ach, da ist noch einer. Ich muss sagen, hier ist doch bestimmt irgendwo noch. Das ist okay. Du musst dein Schwert nicht ziehen. Nein, nein. Wo waren denn die Herzen? Waren die hier unten? Oder musste ich nochmal woanders hin? Also der Schläfer ist eigentlich nur ein riesen, 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 riesengroßer Mindcrawler. Ach nee, da sind solche Figuren, ne? Oder? Sind die das? Die sind in diesen Bögen dran, glaube ich. Schließlich sehen wir uns also wieder. Mein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Verrückter Chorkalum. Ach, das ist ja nur ein Novize. Aua. Muss ich den töten, oder ist der tot? Der ist tot, ne? Keine Ahnung, ob das so richtig ist, was ich hier mache. Wir müssen erstmal die ganzen Novizen ja wegmachen. Die hauen uns sonst, glaube ich. Aber wieso sind die denn... Wieso ist denen das so egal, wenn ich mit einer Armbrust auf dich schieße? Wieso ist das so egal, wenn ich mit einer Armbrust auf dich schieße? Richtstab. 19 Schaden macht der süß, ne? Oh, jetzt kommen zwei. Oder auch doch nicht. Ich bin gleich soweit. Es sind nur noch fünf oder sechs. Und, äh, don't judge me. Ja, aber wenn die zu doof sind... Ah, jetzt kommt Chorkalum. Oh! Und jetzt schießt auch der... Jetzt schießt auch der... Oh! Jetzt hat auch der Schläfer auf mich geschossen. Ah, warte, 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 nein, halt. Ich will doch, ich muss schnell... Ja, ne klaut er... Klaut er einfach ab! Klaut er einfach ab! Er muss ja auch einfach mal... Manerrecken... Äh, Leben... Lebendingsen und so. Oh Gott. Oh, oh, oh. Oh. Ja, oder einfach ab. Ja. Würdest du auch machen. Oder du machst... Ich weiß nicht, was du da machst. Ich hab grad ein bisschen gebrannt, als der Schläfer auf mich geschossen hat, ne? Habt ihr gesehen, wie mein Leben runtergetickt ist? Okay, das war aber gut, dass ich, äh, die so nacheinander gehauen hab, ne? Oh, der schießt ja immer noch auf mich. Aua. Ich will nicht brennen. Brennen ist scheiße. Oh. Jetzt muss ich... Okay, jetzt wird's spannend. Ich muss noch die Herzen durchstoßen. Okay. Hatten wir jetzt alle? Ja, ne? Okay. Uah. Okay. Oh, ich brenne schon wieder. Das ist dann Clones von meinem Mann. Er fragt, ob die Dame gerade heilt, dass sie nur am Motzen ist. Nein, sie versucht grad, den Schläfer zu besiegen. Ich bin sehr zuversichtlich. Der schießt nur halt immer durch die Dinger durch. Boah, wie weit das fliegt, ne? Er lacht nur. Lol. Okay, wir haben zwei von fünf. Ich weiß gar nicht, ob das bei den... Oh. Ich glaub, die anderen haben gar nicht gezählt, ne? Was ist denn das hier? Oh Gott, da haben keine... Also da... Ich glaub, die anderen zwei haben gar nicht gezählt, weil da kam kein Dämon. Uuh, wo bist du? Okay. Okay. Bei den anderen zwei hat er mich blöde getroffen, glaube ich. So als der erste, wo er mich nicht blöd getroffen hatte. Okay. Schieß mal. Schon wieder hat's jetzt geklappt? Jetzt hat's, glaub ich, geklappt. Okay. Darf ich schnell noch einen Heiltrank benutzen, bitte? Wo ist denn der Dämonen jetzt? Wo ist denn der Dämonen jetzt? Der war doch grad noch hier. Ach, da. Ne. Hä, das ist der Schläfer? Hä? Ist der Schläfer jetzt runtergekommen? Oh, ich brenne. Oh, ich brenne. Oh, ich brenne. Ich brenne! Ich brenne gar heftig. Ich höre nicht auf zu brennen. Wieso ist denn jetzt der... Oh, der Schläfer hat mich ein, der Schläfer. Okay, wartet. Ich muss laden. Irgendwas ist grad... Irgendwas hat grad nicht so geklappt, wie ich das wollte. Wieso ist denn der jetzt runtergekommen? Oh, ich brenne schon wieder. Oh, oh. Nein, hier ist schon wieder... Scheiße. Okay, ich hatte's ein bisschen einfacher in Erinnerung. Krass. Oh. 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 Oh, hallo! Oh, wenn du nichts siehst, ne? Oh, das ist so schlimm, wenn man einfach nichts sieht. Spiel, du bist zu dunkel. Das ist einfach viel zu dunkel. Oh, was ist denn da gerade an der Wand? War da auch gerade irgendwas? Kommst du bitte her? Komm mal mit hier raus, jetzt bitte! Ich habe den doch gerade gesehen, oder nicht? Will der mich verarschen? Was war denn hier gerade? Achso, das ist ja... Ach nee, das war der Lord, den ich schon getötet hatte. Rattisch. Boah, Alter, das war aber knapp. Okay. Hä? Achso, das habe ich schon. Oder was? Hä, wieso ging das nicht? Wieso geht denn das nicht? Ah! Nein, 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 nein 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 Ah, du blöder Arscherspimmel Oh, ich raste aus, ne? Wieso kam der denn jetzt so weit hinterher, ey? Sonst, wenn du nachher aufgehst und er noch on ist, raten wir dann... Äh, wir hatten den doch letztens schon... Ach ne, das war Bluemog Ja, ich dachte, als ich das heute gesehen habe, dachte ich auch so, wie jetzt erst ein Jahr Twitch? Hat er da nicht schon einen Partnerstatus jetzt? Aber eigentlich ist das Fremdwerbung, ne? Aber ist okay So, ich muss jetzt nochmal gucken Bei den hatte ich ja noch gar nicht auf, aber... Der geht nicht Ah, nein Hör auf zu brennen Oh, ich brenne Manchmal brenne ich und manchmal... Nicht so Nee, ist nicht schlimm Wieso geht denn das eine nicht hier? Hä? Seht mir ein Schwert, oder was? Wie der danst Ist irgendwie ein Schwert verloren, oder was ist da passiert? Ich hab nur noch zwei Hä, wo ist denn das dritte? Oder das dritte hat doch funktioniert Aber das... Das ist ja gar nicht oben Hat das jetzt geklappt? Nee Ja, man braucht fünf Ich hab auch eigentlich fünf gehabt, aber... Aber irgendwie ist mir eins abhanden gegangen Oder... Das eine hat gezählt, aber es spielt mir eine, ich hab erst gegen drei Dämonen gekämpft sondern die sich davon auszuf橋ionsfrei Es ist nur ein bisschen Und da freue ich mich Leute an, ich bin jemanden Ich bin jemanden Ich bin jemanden Aufabend Ich bin jemanden Da bin jemanden Ich bin jemanden Ich bin jemanden Irgendwas Ich bin jemanden Ich bin jemanden Eigentlich traveler Ich bin jemanden Ich bin jemanden da Der Okay, ich habe anscheinend fünf gehabt. So. So. Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, ergab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte.